Das alles sind äußerst relevante Fragen des ekelhaft abstoßenden, nicht des B.A.B.A. der Sprache, sondern des B.B. deren sich die Philosophie immer und die Psychoanalyse bis auf ein paar Mutigen aus Ekelabscheu enthalten hat. Aber erste Ansätze dazu findet man im Entwurf von Freud. Wenngleich es nicht die Abfuhrvorgänge angeht, sondern die Lustproduktions-Anstauungsvorgänge zwischen Kuh-Äther und Äther.